Hallihallo! Ja, ich habe gestern mal wieder Mandelmilch gemacht und wenn ich Mandelmilch mache, dann bleibt mir sozusagen auch noch der Mandelbrei übrig. Ich habe daraus schon mal auch einen Mandelkuchen vorgestellt und heute mache ich Kokos-Mandel-Muffins, die auch in meinem Buch enthalten sind. Und normalerweise reicht das Rezept für 12 Muffins, also für eine normale Muffin-Form. Ich werde aber heute einfach mal die Hälfte als Mini-Muffins machen, und ja, so dass ich einfach auch beides mal zeigen kann. Das Rezept ist ein recht gesundes Rezept, weil ich keinen zusätzlichen Zucker hinzufüge, sondern der Zucker, den ich quasi benutze, stammt eben aus den Bananen und aus den Heidelbeeren, die mit in die Muffins kommen. Ja, und wir fangen direkt an, indem ich gerade Zutaten, die ich benötige, direkt in den Mixtopf gebe und das einmal 100 Gramm des Mandelmehls. Dann kommt dazu 30 Gramm Kokosfloppen. Zwei Teelöffel Zimt. Ein Teelöffel selbstgemachten Vanillezucker. Wer das nicht hat, der kann natürlich auch ein Päckchen Vanillinzucker nehmen. Beziehungsweise hier habe ich tatsächlich doch noch ein bisschen Zucker, muss ich zugeben. War also nicht ganz korrekt, also ein bisschen Zucker ist mit dabei. Dann habe ich ein Päckchen Weinstein-Wackpulver. 40 Gramm Kokosöl. Zwei Bananen. Die können auch gerne schon sehr reif sein, denn dann sind sie umso süßer. Eine Banane ist meistens ca. zwischen 80 und 100 Gramm. Jetzt haben wir hier insgesamt 170 Gramm. Und vier Eiergröße N. So, das vermische ich mir jetzt innerhalb von 20 Sekunden auf Stufe 4. Und anschließend gebe ich mir das dann in meine Mulden der Muffinform. Ich habe die jetzt auch schon mal bestückt mit Heidelbeeren. In die großen gebe ich einfach fünf Heidelbeeren rein. Und in die kleinen entsprechend zwei. Aber das zeige ich dann gleich nochmal. So sieht jetzt mein Teig aus. Jetzt müssen wir mal einfach einfüllen. So, und beim großen ist es jetzt so, dass ich es für 20 bis 25 Minuten auf 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen gebe. Den habe ich auch schon vorgeheizt. Und die kleinen werden ungefähr so neun bis zehn Minuten brauchen. Die gebe ich jetzt auch mal eben als erstes rein. Und dann zeige ich die gleiche und dann kommen die aber rein. So sehen jetzt meine Mini-Muffins aus, sozusagen. Ich schiebe jetzt gleich das große Muffinblech auch noch rein. Zeige auch im Anschluss noch in den Fotos, wie die aussehen, wenn man sie rauslöst. Man kann sie jetzt natürlich, wenn man das möchte, nochmal mit Puderzucker bestäuben. Ich finde, sie sind aber auch so wunderbar süß. Ist ein toller Snack auch für zwischendurch. Gerade die kleinen sind so mit einem Hubs im Mund. Oder zwei vielleicht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie einfach auf kinderleichtkochen.com mal vorbei oder meine Facebook-Seiten. Sie finden alle Links zu meinen Homepages unten im Beschreibungstext des Videos. Herzliche Grüße, Ihre Sandra Backwinkel.